ich sollte den autofag ein bisschen aufpassen wo die gegner zum schlag sind gerade hier ganz raus okay also die min ist nicht leicht ich merke das die mir nicht gerade leicht es waren die bosse wenn man da ich gerne eigentlich relativ unfreitet ein weil ich mal kaum heilsteug holen und immer rein und raus geht jetzt aber auch leute sagen wir seit fünf sekunden in der sonne auch schon kriegte sonnenstich ist klar ist klar also diese für mann bitte eine güte so schlimm mit den dreien hier und da ist er wieder ausgeflogen okay scheint den halt bei ihnen rumzuspinnen naja so 370 ja schön viel geld ich glaube mir aus der mine vollkommen draußen sind wir auch ganz viel geld haben das glaube ich so bbb so na dann wieder rein bist ich lustig frau da diese mene ist so kacke la wenn man sich ich kann im map hier ist recht liegt da ist man echt zu mir marsch stelle ich mir vor dass man die protagonisten ist werden bezeichnet dann viel geld verlammt ja ich bin halt so man mal macht sich ganz gut als mit der kartei habe ich bin ja mann der helde ist eigentlich und dann habe ich einen kipp und passiert nicht schön das ist so sein 80 pp das ist so wenig eigentlich weil das heilen so viel pp frisst das ist halt schweres bei links und ist es gut ist bei links aber auch schwer mal die näher und eine volle auf die kasse ja nur weil ich vor spiele immer in frau spule es sollte euch aufwärts vorzuspielen aber ja die kämpfe sind haben aber zwei noch so übelst langsam das ja sind dafür 34 offens 1 biet 1 cq 1 hp 3 pp 3 schild beta schild beta ja na geil ich weiß was ein schild beta noch mal was macht die peter noch mal schild beta macht protects von person für powershield katz der menschen half und samm auf dem block der mensch ist die back to the enemy ach genau das war das was die was die viecher lagen gemacht haben also die der eine mauer auf der hatte wir sind ja die von schilder kanzel diese effects sagen wir mal einmal hat nee eins sowas wie ein counter psi genützt könnte ich mal ausprobieren bei dem typen ob das ob das so aus den ziels schild snatcher immer für drei ist weil der schild snatcher immer für drei da kann schilder ich bist du denn gespawnt bitte schilde weg machen von gegnern aber auch das kind ging auch einsetzen manche also dass die unseren schild weg machen später dann daher big battle rocket hat nee 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 also noch platz nee so die mich mal aber gerne aufheben weil das ist relativ selten und wenn wir später drauf passen sind die verdammt teuer deswegen ich finde immer nur für bosse auch für wirklich richtige bosse oh gott oh gott die die spinnen ane die 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 ameisen gigantik entgegen was ist empfindlich diversen scheiß egal picker feier so und picker freeze gegen picker füßen finde ich das kölnisch wieder bloß nicht helfen smash wie geil die sie dir ist einfach smash das und ist oder exit mausen ja doch ja doch ja doch wenn ihr meine mit von daher du werke du ich get to come along to also bis seconde so lang im a look like wöger sma maus but he can lead you to an exit if you are lost in the maze. Will you take one of my sons along? Yes. It's a tough boy. You can treat him as one of your items. Ja, also in Quote Exit Maus. Sehr schön. Dann bekommen wir nämlich jetzt, wie gesagt, sowas für ein Fluchteil in Pokémon. Picknick Lunch. Ah, okay. Croissant. Haben wir irgendwas, was weniger heilt? Ich glaube, nein, ne? Kellum Stick, Protein Drink. Ich weiß nicht. Spielsucker, Picknick Lunch. Wir lassen das draus sagen, dass wir hier liegen. Vielleicht kann man später noch holen, wenn wir, ne, wenn wir irgendwas vorher wegschmeißen. Bomb Inside. Da würdest du gerne irgendwas, dann wird man doch das Picknick Lunch hier auf der Nähe verbrauchen. So, na, dann krieg ich noch volle HP und krieg die Bombe. So. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ähm, sind die Biggen, Biggen, Pique, Fire, dann empfinde ich die Viecher oder ich probiere es mal im Kurs. Es scheint aber so zu sein. So, die ist schon mal weg. Autsch. Pique, Fire, ja, das ist schon viel. Pique, Fire, sehr gut. Und Flanshock. Haha, hör auf meine PP weg, Versaugen. Mann, do nothing. Ähm, Pique, Fire auf das Street, du greifst das Street an. So. Das ist ein Kampf, da muss ich, darf ich jetzt nicht unbedingt vorspulen. Die viele sind nicht gerade leicht. Aua. Aua. Ah, jetzt könnt ihr aber eigentlich, ja doch, PP sparen hier. Ist ein Ekelschot, von daher. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das kriegen wir Condensed Milk. Ähm, für was ist denn das? Also das ist eines von diesen Condainments, also in diesen Frage, äh, was? Frage. Ähm, 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 was könnte man denn Condensit Milch brauchen? Für welches, für welchen, für welchen, für welches Essen könnte man Condensit Milch benutzen? Die Croissant, oder? Und so was. glaube ich. Zumindest mal richtig, wenn ich google mal kurz hier. So haben wir denn hier, äh, den Kram. Ich sehe, ich koste den Chat nicht. Condensed, Condensed, Nick, äh, aufbaut, und die Condemence, Vicky Bones. Okay. Condensed Milk. Banana, Lucky Sandwich, Popsicle und Schlau-Dioghurt. Okay. Mhm. Habe ich aber alles nicht, von daher. Was denn das für ein Stück für eine Overladings oben? Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, da musst du, äh, der Rap-Teil fragen. Also DC-Rap-Teil, der hat das Overladen nämlich gemacht und ich hab, äh, die, äh, die Schrift, die da unten bei, ähm, ähm, rechts neben Musik steht, das ist, äh, das kann ich dir sagen, aber alles andere leider nicht. Das ist, ähm, äh, das ist, ähm, ähm, äh, warum ist das Areal? Das darf nicht Areal sein. Das ist, äh, äh, Trajan Pro-Regular heißt die, also Trajan Pro-Regular heißt das Ding. Also das ist die Schriftart hier. Das ist die, die auch, die das zum Beispiel Musik benutzt hat. Aber links oben ein, und das, äh, dieses, ich glaub, das ist nicht Trajan. Keine Ahnung, was das für eine Schriftart ist. Jetzt musst du DC-Rap-Teil mal fragen. Der ist im Stream-Forum. Ich glaub, der ist aber so relativ nicht mehr aktiv, da ist der Mod dort, aber der ist nicht mehr so sehr aktiv dort. Von daher, weiß nicht, was das für eine Schriftart ist. Oh mein Gott, ähm, ganz, ganz schlecht. Pk Fire Beta, auf das, du greifst das wie an, so. Die eine, und jetzt machen wir es einfach so. Danke. Na krass, her, trinken. Bäh. 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 Es ist schon warm. Bäh. 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 Also, ist ehrlich. Was ist heiß so warm? Ich glaub, ja. Also, warme, äh, warme, 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 warme Schorle ist einfach nur total eklig, ganz ehrlich. Es ist, ja, komm, Gift und ein, ne, 11, 30 Sekunden, auf den 2, 1, Q, 1, 2, 2. Ja, arme Schorle ist eines der ekligsten Getränke, die ich kenne. So, jetzt, aus dem Stehgreif, ganz ehrlich. Kling, Beta, auf Jenny. Und dann mal eben ein Live-Hab-Alpha auf Jenny. Gut, dass die noch so viel HP hat, dass sich das auch lohnt. Und ja, kann man noch dran, sonst lohnt sich das noch. Ja, vorbeifah. Von daher, äh, nicht schon wieder so viel. Bitte vergifst du mich jetzt schon wieder, danke. Ich bin schick. Ähm, also, kein, keine Frau, sondern ein Kücken. Nein, ich will das Kücken nicht haben. Naja. Warum so oft eine Schlange an Kücken? Das ist eigentlich ein bisschen ironisch, weil, eigentlich fressen wir Schlangen, doch Kücken, oder nicht? Haben wir das aus ihrem Bauch ausgeschält, oder was? Oh Gott. Oh mein Gott. Äh, schon wieder so viel. Ähm, HP sieht eigentlich schon in Ordnung aus. HP ist eigentlich nicht mehr so, nicht mehr ganz, was er ja macht. Ah, scheiß drauf. I'm the third strongest master. I'll destroy you now. Ja, wer glaubts. So, ähm, weißt du was? Scheiß ist auch Bigger Flash, glaub ich. Nee, ähm, Defense, ähm, ich weiß nicht, ob das PowerSheet auch PK attacken muss. Ich glaube, nein, weil dann machen wir es einfach mal so. Und du, Defense, so. Weißen, ob das ausreicht. Oh. Oh, das reicht so raus. Sehr gut. Beste Taktik PK fließt Gamma. Das ist die beste Taktik, einfach gegen die Viecher. Wenn man denn hier, ja, Capture. Ähm, machen wir das einfach mal so. Ja, Fly, Hannibal, hab ich ja hier noch mit. Muss ich nur ablegen. Kann ich nämlich nicht wegschmeißen. Ähm, das ist die Croissant. Die haben wir noch ein Croissant. Hätte ich Kondensmilch doch mitnehmen können. Ich hab noch zwei Croissons nach. Schau, es tut das mal eben. Und dann nehmen wir das mal mit. Die Lackcapsule, ähm, Ähm, ich muss mal kurz nachkommen, was beeinflusst alles Lack. Meine Gucken. Das interessiert mich jetzt halt doch. Lock. Ach, und. Warum habe ich jetzt noch, hä? Was, du, ich hab doch nichts. So, jetzt aber. Lock ist a statement of a series. I believe only in, äh, akin to aiku. This is, effects are not completely clear. It most likely affects the accuracy. Chance, chance to hit and dodge. Although it may seem that luck would affect this chance to get a smash attack, it doesn't. As stated by a friendly mole in Earthbond. Okay. Das heißt also, Genauigkeit. Mhm. Das können eigentlich ja alle gebrauchen, ne? Wer hat von euch das wenigste Glück? Nee. Allweil noch nie durchlevelig ist, aber da geht man es einfach mal nee. Obwohl, ja, sind könnte es eigentlich auch brauchen, dass dann mehr trifft. Von daher kriegst du es. Wenn das stimmt, was da drin steht, aber, naja. Mit Platinum-Band. Das kann Janie gut gebrauchen. Arms. Genau. Okay. Oh yeah! Oh yeah! Hast du schon Silberpresset lassen? Ja. Du auch, na gut, okay. Silberpresset, das schmeißen wir weg, weil ich verkaufe eh nichts hier. Großartig. Das ist ja nur ein nötiger Eventarplatz, der da, äh, verloren geht. Von daher. So. Was, dumm! Nein, 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 nein. Nicht viel gegen Aufheil, Mann. Nein! Ich habe Nein gesagt, verdammt. Nein! Och, geht's noch. Spiel. Oh yeah! Tja. Ja. Ganz schön hochgegangen, die Verteidigung bei ihr. Wow! 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 Guck mal, ihr habt mehr auf einem Punkt mehr als das aussehen. Hahaha! Hahaha! Geil. Geil, geil, geil. Das kommt her. So, ihr könnt mich ja sagen. Autofahrer! Ne, geht's so. Alter, es geht noch um 20 Punkte einfach mal. Ich so sehe, oh, pfff! Steil hoch wegen einem Platinumband. Aber ich glaube, das kann Jane am meisten gebrauchen. So wie die ihm auf die Fresse kriegt, aber nicht gut. Ne, 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 ne. Auto, Auto, fahr bitte weg. Auto, fahr bitte weg. Auto, fahr bitte weg. Auto, fahr weg, weg. Oh, Gott, hat noch geklappt. Level 32, hoffens, 1, 2, 2, ganz, 1, Sekur, 2, AP 3, der DROCKS! Nichts. Danke. Höff. équent. comes speed. Hallam gonna spend... esses.